Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Tischventilatoren Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Tischventilatoren Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Honewell HT900E. Der kleine klassischer Tischlüfter von Honewell überzeugt mit einer vernünftigen Rate von einem trendigen Dessigen sowie exzellenter Leistung, denn er arbeitet mit 40 Watt zusammen. Es kann überall auf dem Tisch platziert oder, falls erforderlich, auf der Wandoberfläche installiert werden. Aufgrund des großen Schwenkbereichs deckt es einen großen Standort ab und kann in drei Stufen separat gewechselt werden. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Brandzone Tischventilator. Das Brandzone setzte sich als effektivster Tischfern durch. Der Tischfolger ist klein, effektiv und funktioniert auch ohne Rotorblätter. Das macht es ein wenig leiser als herkömmliche Anhänger. Sie können die Version auf drei verschiedene Grade festlegen. Es arbeitet mit 60 Oszillationen und auch gibt es einen Demand auch eine Fernbedienung. Auf höchstem Niveau erreicht das Guard Kit eine optimale Menge von rund 48 dB. Auf Platz 3 haben wir die Arctic Breze USB. Wenn Sie versuchen, einen kleinen USB-Workdesk-Follower für Ihren Schreibtisch zu finden, kommen Sie mit dem arktischen Dessigen auf Ihre Kosten. Es ist in zahlreichen Farbvarianten sowie auch eher kostengünstig erhältlich, so dass das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet ist. Es wird aus einer 1,8 M langen USB-Stromleitung geliefert, ist an eine rutschfeste Basis angeschlossen und besticht durch seine gute Leistung dank bis zu 1800 Änderungen pro Minute. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Roventa WU 2630 Tischventilator. Der Roventa Turbo Silencer Extreme ist ein besonders friedlicher und leistungsstarker Fahren. Obwohl es Rotorblätter hat und ziemlich riesig sowie auch ziemlich effektiv bei 40 Watt ist, kommt es nur auf 42 dB in der Abendumgebung, die wirklich leise ist. Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Modellen arbeitet es viel leiser, steigt aber auf 57 dB im höchsten Grad, was nicht optimal ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die AEG VF 5529-2-in-1. Das AEG Modell ist ein zeitloser Tabellenfolger, der in drei Stufen eingestellt werden kann. Die Rotorblätter sind mit einem Gitter gesichert und sehr einfach zu bedienen. Seine Neigung kann geändert werden und auch es verwendet eine Auszillator-Funktion. So kann es drehen. Alternativ ist auch eine Warnflächenmontage machbar. Das entsprechende Montageprodukt besteht bereits. Die Verarbeitung ist insgesamt respektabel und die Kosten sind immer noch fair. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.